Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend! Gute Nacht! Auf Wiedersehen! Tschüss! Wie heißt du? Ich heiße Nicole. Wie ist ihr Vorname? Mein Vorname ist Nicole. Wie ist ihr Nachname? Mein Nachname ist Meister. Wer ist das? Das ist Frau Wachter. Hey! Wie geht's? Sehr gut! Danke! Und dir? Auch gut! Guten Tag! Wie geht es Ihnen? Gut und Ihnen? Leider nicht so gut. Woher kommen Sie? Ich komme aus Ägypten. Welche Sprachen sprechen Sie in Ägypten? Wir sprechen nur Arabisch. Was bist du denn von Beruf? Ich bin Ärztin. Und du? Ich arbeite als Krankenpfleger. Ich arbeite noch nicht. Aber ich mache eine Ausbildung als Krankenschwester. Ich bin Student. Ich mache jetzt ein Praktikum bei Deutsche Welle. Und ich bin leider Arbeitslos. Wie alt bist du denn? Ich bin 32. Und bist du verheiratet? Nein, ich bin nicht verheiratet. Hast du eine Freundin? Nein, ich bin Single. Ist er verheiratet? Ich glaube, er ist geschieden. Wer ist das Mädchen auf dem Bild? Das ist meine Tochter Leila. Wie viele Kinder hast du denn? Ich habe einen Sohn und eine Tochter. Ist das dein Mann? Nein, das ist mein Kollege. Der Vater. Mein Vater ist Lehrer. Die Mutter. Meine Mutter ist Ingenieurin. Die Oma. Die Großmutter. Meine Oma ist 71 Jahre alt. Der Opa. Der Großvater. Mein Opa lebt in Kairo. Die Schwester. Meine Schwester studiert noch. Der Bruder. Mein Bruder spricht drei Sprachen. Der Enkel. Die Enkelin. Das sind meine Enkelkinder. Das Sofa. Das Sofa ist braun. Es ist hässlich. Der Stuhl ist modern. Er ist sehr schön. Der Schrank kostet 70 Euro. Er ist zu billig. Der Sessel ist bequem. Das Bett ist im Sonderangebot. Die Lampe ist groß, aber auch praktisch. Mein Chef hat jetzt einen Termin. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich bin im Büro. Wo ist denn der Schlüssel? Frau Müller hat doch den Schlüssel. Ich suche auch die Formulare. Der Chef hat die Formulare. Und ich finde die Rechnungen nicht. Sie sind bei Frau Horack. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Bitteschön. Tschüss. Abonnieren Sie unseren Kanal und vergessen Sie nicht zu liken, kommentieren und teilen, wenn Ihnen der Inhalt gefällt. Schalt.